Und jetzt sind wir hier vor der Waage und Jutta Meier ist bei mir. Und Jutta strahlt, vielleicht sehen Sie es an den Augen, der Mund-Nasen-Schutz verdeckt natürlich das bezaubernde Lächeln. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Das ist ein richtig toller Treffer gewesen. High Flight ist so ein bisschen auch euer Liebling. Ein enorm großes Pferd, sehr großrahmig, aber auch sehr treu. Allerdings, ja. Schilder uns dem ein bisschen, wie er so im Training ist. Ein ganzer liebes Pferd. Ein richtiges Familienpferd, also unheimlich lieb. Das Pferd ist ja Kirchhoff operiert. Das ist so sein Handicap. Jetzt hat der Martin gerade gesagt, da geht noch ein bisschen was. Das hört der Trainer doch gern. Sehr gerne. Was hat er genau damit gemeint? Wo könnte die Reise jetzt noch hingehen in dieser Saison? Wir werden weiter in München bleiben. Das Pferd reist aufgrund der Größe nicht so gut und er ist in der Startmaschine aufgrund der Größe nicht so gut. Hier kennen Sie ihn. Wir bleiben hier. Und wir haben hier in München natürlich auch eine sehr, sehr gute Startmannschaft. Das dürfen wir an der Stelle auch mal ganz lobend erwähnen. Ist auch wichtig. Ganz wichtig. Jutta, ab zur Siegerährung. Heimsieg. Jetzt schauen wir mal. Und gleich wird Martin Seidel dann auch bei uns sein. Sascha Mulder ist auch bei mir. Der möchte mir jetzt was sagen. An der Stelle noch mal ganz kurz der Ruf übrigens nach Serkan oder nach unser Musterfahrt. Er möge sich bitte mal ganz kurz beim Sicherheitsdienst melden. Hast du noch was für mich? Selbstverständlich habe ich was für dich, damit nicht wieder Missverständnisse entstehen. René Pichulek stellt sich nicht hin, weil er auch Ihren Preise entgegennehmen will, sondern er überreicht sie. Das wolltest du mir jetzt sagen. Vielen Dank. Ja, nur weil ich einmal Jutta Meier, aber ist jetzt egal. Wir gehen einfach zur Siegerährung. Warten noch ganz kurz, bis Martin Seidel da ist. Und dann wird es gleich wieder losgehen.